Musik Hier sind wir in Hamburg angekommen Nach einer langen, anstrengenden Fahrt Wo gemerkt, es hat auch geregnet Es regnet immer noch Aber wir sind ja guter Hoffnung Ich denke mal, es wird ja auch besser werden Zumal, dass die Sonne jetzt auch bald kommt So, und da ja so anstrengend ist Würde ich sagen Erstmal gehe ich zur Bar und hole mir ein Bier Zumal uns gesagt wurde Wir dürfen die ganze Bar leertrinken Wollen wir mal gucken, was wir hier so haben Übrigens, unser Zimmer ist super Also, sowas habe ich auch lange nicht mehr gesehen So, man sieht hier alle Bier, Bier, Bier Oh, Wasser haben wir da Und Wein, Saft Na ja, ich trinke erstmal ein Bexgold Das ist nicht Schlacht Tafel Schokolade gibt es da auch noch Oje Und wie man hier sieht, kann man auch noch ein bisschen sich selbst zubereiten Eine Mikrowelle haben die hier Aber meine Güte, welches Hotel kann sowas vorweisen? Das ist ja Sagen gehabt Die Spüle hier Oh, gucken, was gibt es da? Das ist ein Mülleimer Besteck Oh, müssen wir das alles mit der Hand essen oder was? Na, ist egal So, erstmal nehme ich hier So, was steht hier? Bex! So wie es sich gehört So, was ist das? Look, 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 look Ah, Schade, Schade Wo ist das? Ah, das ist doch gut Das ist doch gut Das ist doch gut Da haben wir jetzt nicht viel drin in der Flasche Naja, aber machen jetzt Ja Wollen wir mal eben hier ein bisschen rumgucken Also hier ist jetzt diese kleine Kochnische, kann man ja nicht sagen, aber Na, ist ja nicht schlecht Hier kann man gut sitzen Kleinen Fernseher haben wir auch Flachbildschirm Tja Schreibtisch Auch nicht schlecht Also was es hier gibt Und dann die Betten natürlich Hm, ein bisschen klein meine ich Nicht allzu breit Aber ja Ich denke, da können wir auch gut schlagen Ja, so, jetzt geht es hier auch weiter Und oh Gott, was ist das hier alle groß Das ist hier, aha Waschbecken, ja Mit allen drum und dran Föhn, ja, auch Hm Da kann man die Koffer hin Hier ist Toilette Hm Hier kann man duschen Oder wahren Je nachdem, was man gerne möchte So Nicht schlecht, Herr Schwächt Hier geht es wieder zurück Durch eine andere Tür Ja Hier kann man sich sogar hinsetzen Wir können hier eine Fete machen Eine Party machen Musik Haben wir wahrscheinlich auch irgendwo Müssen wir erst noch mal gucken, wo es ist So Kaffe können wir uns machen hier Der Tee Und immer hoch Hm Das tut gut Das tut gut Hm Wir sollen auch was treten Was denn? Nein Nein, nein, nein Darf es sein Jetzt hol ich mal das erste Wein Oder Sekt Wein Hier steht 14 Umdrehungen, naja Okay Mach ich mal auf hier Marke Ist euch egal Madrid Heißt also Spanischer Ein Glas Echt zauber Jetzt kriegst du keine Flecken Nichts Ich muss jetzt mal so ein bisschen drin So Dann für unseren Kameramann Ja Bitte schön Prost Kling Hופ Hoku Musik Loooo Elk Jetzt Lik Ab J einfach Lik 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 Wir sind hier jetzt im Miniatur Wunderland in Hamburg und wir zeigen euch jetzt mal die kleine Welt der ganz kleinen Züge. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wir sind hier im Miniatur Wunderland. 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 Wir sind hier im Miniatur Wunderland.